Warum erst Tarnung? Weil Tarnung und Hinterhalt eine unheilige Allianz bilden. Weil wenn du Tarnung anhast, macht Hinterhalt noch mehr Schaden. Alter, wenn die scheiß Tastatur funktionieren würde, ne? Was bist du denn so verbuggt? Ja, meine scheiß Tastatur ist so verbuggt, ey. Das ist eine Bluetooth-Tastatur. Ja, komm jetzt! Oh, falsche Richtung. Bei meinem Schwarzblattdäulchen mache ich sogar mehr Damage als mit dem Teil hier. Nein. Doch. Krieg ich nicht. Doch, der macht nur 400 pro Schlag. What? Was ist das? Das ist 400. 40 DSS-Waffel, ein Klatsch des Donuts kaputt. Warte kurz. Warte. Ich habe vergessen, die Aros zu ziehen vom Handeln. Wo bist du? Komm schon! Handel. Handel. Da meine DSS-Waffel machen viel mehr Damage, meine Schwarzblattdäulchen. Ach, das ist gar nicht meine... Hä? Wo ist mein 40 DSS-Waffel? Das ist weg, Alter. Ach so, ich weiß, wo es ist. Ach, scheiße. Wolle. Ne, das ist. Na, ich dachte, das wäre mein 40 DSS-Waffel. Ist. Haben wir gleichmäßig an? Jetzt? Wenn du gleichmäßig anmachst, ja. Ich will eben aber gleichmäßig definieren. Ich weiß nicht, ob es angeschaltet ist. Ich kann es nicht erkennen. Ja, wenn du nur einmal draufgeklickt hast, ist es angeschaltet. Jetzt muss ich zumindest hier. Wie uns umbringen? Wahrscheinlich. Dann sollen sie mal vielen Spaß kommen. meine Eltern sind wieder da, ich muss runter Shit Shit, ich mute mal Ja, bis gleich So, was hat die Tante jetzt vor? Was hat sie vor? Und sie ist weg Tschüss Und ein paar Mordfests töten solange Christi nicht da ist Kommt schon, Scheiß-Mobs Das mit der Heiligen Allianz habe ich immer noch nicht gehofft, was das bringt So, jetzt noch die vierte Fähigkeit, bitte Danke Bisschen Porten Scheiß-Tastatur, nimm's an Ich gebe euch den Ratschlag Spielt niemals über Bluetooth-Tastatur Ganz dumme Idee So Es wird zu einem Solo-Let's Play Endlich Christus weg Christus weg Nein Ohne Christus langweilig Weil der mir mal die geilen Sachen vorbeibringt Komm schon, hau die scheiß Giftfolge da rein Danke Also ich Christus jetzt 64 Dann bin ich 65 Kann ich gleich mal Status einstellen Bitte Muss ich erstmal alles ausziehen Stirb, Scheiß-Schlange Du auch So, hier sind keine Agro-Viecher, oder? Soweit ich weiß sind hier keine Lass mal alles ausziehen Ui Ähm, was bräuchte ich denn mal nicht Das bräuchte ich nicht Das bräuchte ich nicht Ja Ja, aber ein Letters ist nicht, ja Und das auch noch hinfallen lassen Dann kann ich erstmal ein bisschen aufräumen mit meinem Inventar Das heißt So viel wie endlich Den Scheiß aufgeräumt Rahmenband ausziehen Und jetzt müsste ich meinen Status erhöhen Ähm, das muss 10 höher sein Dann muss Ich hab 35 Dann erstmal 10 hier drauf Jetzt 10 da drauf Komm schon, war schneller Es ist schon Maximum, oder? Das ist noch nicht Maximum Jetzt ist das auch Maximum Ah, ich muss Christoph fragen, wo das da abgeht, wenn das Maximum ist Naja, egal Das ist so Erstmal Schild wieder anziehen Und das Armband Und so Bogen daneben Wie viel Leben hab ich denn jetzt? 17.000 18.000 Oh ja 18.000 Leben Und erstmal Viecher pullen Heißt, ich brauch jetzt eigentlich fast gar nicht mehr potten Weil die mir echt kaum damage machen So, bitte reinhauen jetzt Tastatur Alter, das heißt Tastatur So, jetzt ist mal mit der Tastatur kämpfen Sie steht einfach neben mir Was macht sie da? Hinterhalt reingesetzt Und was hab ich noch Das da Fehlt mir Sie kassiert einfach mit Alter, greift sie mich gerade an Nein Erstmal anschreiben Mal gucken Termini Okay Ich wollte nur gucken Nein Wissen Ob du aus Deutschland bist Ähm, und jetzt noch ein paar Alter, was hat die für ein kleines Schwert, bitte? Jo, das ist ein Typ Ich bin mir nicht sicher Die meisten Typen spielen die E-Frauen bei Metin Was hat sie geschrieben? Was ist meine Ich bin kein Ja, ich Raffi, die Abkürzung noch nicht Verschelte, dass Christo, der mich verarscht Christo, Alter Verarsch mich doch nicht Äh, auch beim Schreiben kann ich nicht Gut, äh, beim Schreiben kann ich nicht Du auf Bist du Du auf Mann Der Map Ist weg Tja Ja, endlich ist sie weg Das heißt, ich kann jetzt weiterzocken Äh Erstmal was trinken Gegen Halsschmerzen sozusagen Und jetzt Weiter Mobs töten Kommst hierher Los Da war das eine charmante Tante Oh ja, Blausreich Komm her, kriegst du aufs Maul Oh, böse, da vorne sind Blausreich Typen Lass mal gucken, was die für ein Level haben, ey Kriegen die von mir aufs Maul Ja, komm Alter, ich hab keine Potts mehr Fuck Egal Dann setze ich da erstmal die großen neuen Potts ein Ja, genau Potte dagegen Darf man in Teamfight potten? Das ist die nächste Frage, die ich hab Alter, mit der ging das eben so toll Scheiß die Wand an Egal Ah, Christus wieder Huhu, Christo What's up? Die Tante war eben wieder da und hat mit mir geredet Wollen wir die blauen Spacken da töten? Wo, wo, wo? Da drüben Level, level, level Hab ich nicht gesehen, wie ich gucken gehen Ich geh kurz Ich bin schneller Äh, zu stark 61 und 100 100 Was hast du vor, Junge? Ja Bestialisch sein? Fragezeichen? Ja, haust du rein, Mann Du guckst zu Ähm, ja Da kommen sie Alter, die kommen Äh, viel Spaß Würde ich mal vorschlagen Das ist die Schamane, level 100 Alter Oh, Schamane sind mies Man, ich komm nicht Hat die dich umgebracht, oder? Nö, mich tötet die nicht so schnell Ich kann ja gegenpotten Ich hab ja noch einen Autopod Okay, jetzt bin ich tot Was denn, wenn ich die Stati voll hab Also, ähm Witt voll und Dex voll Soll ich die anderen skin Musst du dir was aussuchen Äh, ich hab Oh, verdammt, ich bin doof 90 Ja, ja, ja Guck sie dir an Guck sie dir an Jetzt rennen sie Weißt du, jetzt rennen sie Bastarde Ja, komm, ich will das sehen, ja Ich will das sehen, wie du dir aufs Maul gibst Mitjahr Ähm Na los, lauf! Das werden los! Ja Was Ja Pf imports Hier ist er Wohmann Mann Wohmann Spl Wer scherzt drauf Die hat mich angegriffen Getschص Morg Und und schlampfen st und das zu meinen Eltern st die und 10 KDS schlacken als in die Welt ich habe keinen Bock mehr ja, okay. Ich will auch... Komm, hau rein! Nein, lass es. Lass es. Die schlampe hat mich getötet. Warte, ich mach mal Autoport wieder aus. Kann man die eigentlich kaufen? Achtung, sie kommt hierher. Ja, und? Sie will mich nicht töten. Sie weiß, dass sie keine Chance hat. Vor allem nicht im Nake auf, deswegen sind sie weggerannt. So. Was sagst du, wir gehen jetzt in den anderen Dingens? Warum nicht der hier tot? Ach so, sie hat mich wahrscheinlich auch unbekannte. 65, yeah, ja, wir können jetzt auf die Eleven-Map gehen. Voll brauche ich Schuhe. Ich auch 65, brauche nur einen töten, muss nur ein Vieh töten und dann bin ich 66. Mäh, machen wir da. Komm hier. Ja, danke. Komm schon. Da. Hast du. Wo bist du denn? Bist du schon rübergegangen? Ja. Wo ist denn die High-Level-Map? Die High-Level-Map? Standard-Maps? Nein, Special-Maps, die erste. High-Level-Map, warte, ich muss mal kurz gucken, ob wer da ist. Dann kann ich nämlich die Tür aufmachen und höre, wenn es klingelt. Kurz gerade weg, ne? Oh ja, ich hab gerade was Süßes gefunden. Alter, lass dich, krieg aufs Maul. Ah, ich krieg aufs Maul. Von dem Bobby. 91, der mir kaum Damage macht. Soll ich kommen? Nö. Gut. Wo bist du? Das ist schon im Roten Reich. Ich dachte, du wolltest auf die High-Level-Map. Ja, erstmal Schuhe holen und so. Das ist was da. Hey. Was soll ich denn mit Fertigkeit verhühen? Töte den Gegner aus den anderen Reichen. Okay. Der braucht Schuhe, ne? Scheiße. Ähm. Welche Fähigkeiten soll ich denn dann erhöhen, wenn ich... Hm? Welche Fähigkeiten... Das ist ja alles voll. Ach, rein kurz. Stärke... Stärke... Hast du alle vier schon gemacht? Nein, niemals, ne? Nein, ich hab... Gut. Zweiges maxed. Äh, ja.